So liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Infamous Second Son. Wir machen heute weiter mit dem ersten großen Teil. Wir wollen aber diese Mission noch erledigen, die da auf dem Schirm ist. Oh, guck mal, da läuft einer von den Dup-Leuten. Komm mal her jetzt. Das ist einer von den Jungs noch gewesen. Ah, gut. Gut. Ich hätte mich aber mal wieder aufholt. Äh, wieder mal. Dann gehen wir da mal hin. Komm. Ich muss mal hier kurz eben. Ich muss mir mal den Rauch eben gerade hier holen. So. Und dann geht's los in das nächste Viertel. So. Dann geht's jetzt in das nächste Viertel. Wo geht's denn überhaupt hin für uns? Für unsere Freunde? Der Panel Square. Okay. Wir wollen ja diese eine Mission auf jeden Fall noch machen. In der letzten Folge haben wir uns ja hier Paramount geholt. Aber wir könnten hier oben auch schon die ersten... Ach, so komme ich gar nicht ran, ne? Machen wir schon mal diese Kameras weg. Was haben wir hier? Polizei? Nee, Taxi. So. Die Frage ist, wo sind die Missionen hier, ne? Okay, wir sollen also erst diese Zentrale mit zerstören. Okay, dann machen wir das doch auch. Das heißt, ich will nicht gerade... Wir müssen also da oben hin. Aber ich würde mal sagen, wir holen uns erst mal die ganzen... die, äh, drei, ähm, Satellitenschüsseln da oben. Ach, hier, da oben. Beziehungsweise sagt das... Hör mal! Hör mal! So. Hör mal! Ah, nein! Ich bin jetzt leider erwischt. Ja, aber ich würde meinen, dass ich ein bisschen beschäftigt war. Ähm. So, ich glaube, ich war gerade wieder komplett auf. Okay. Gut, dann haben wir das soweit auch. Und ich hol mir mal die Zweilortjungs da oben. Oh, hallo. Gehst du mal hoch da? Geht's bei Jungs auch. Ja. Super. Perfekt. Oh, die Drohne, die hat's einmal kurz komplett zerlegt. So, 22 Scherben haben wir mittlerweile. Wir können ja auch wieder mal Scherben einbauen, ne? Super. Okay. So. Okay. Ah, wir haben nur noch eine, okay. So, wir müssen halt diese komische Sendekraft hier oben mal eben kurz klein und zwar arbeiten. Ei, ei, ei. So, kaputt. So, tot. Ich sehe nichts, ist irgendjemand? So. So, die drohe. So, kaputt. So, einer kommt noch. Oder? Haben wir noch einen? Den hören wir nicht, ne? So. So. Oh, wie cool, ich finde ich den Käfig. So, der ist auch erledigt. Ich weiß, er muss jetzt ein bisschen, er muss jetzt ein bisschen zwischendurch mal aufladen. Äh, ein bisschen warten. Wo ist denn der? Da unten. So, irgendwas haben wir da noch hinten, nämlich da rum. So. So, jetzt holen wir uns wieder ein bisschen Rauch. Mal machen wir uns, um komplett aufzuladen, wieder. So, der ist auch kaputt. So. 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 Haben wir das soweit auch. Aber scheinbar... ...tut auch nicht so einer. So, dann nochmal das soweit auch. Okay, scheinbar. So. Halt! Eins, zwei, drei, vier, fünf... ...und Kava! Bums! Und damit hat sich das Thema... ...mobile Kommandizontale einmal kurz erledigt. So, die Kommandizontale ist erledigt. So. So, Abby ist die Dingsbumisar ist tot. Und du bist auch erledigt, mein Freund. So. 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 Was ist der denn? Hä? Da oben. So. Erledigt. Ich sehe was, was du nie siehst... ...und ihr seid blind. Ja, definitiv. So. So. Kaputt. So. 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 Ich habe eine Trophäe gekriegt. Ich habe eine Trophäe gekriegt. Sehr schön. Wo sind wir denn überhaupt mittlerweile? Aber wir sind mittlerweile schon in der nächsten Stadt. Eigentlich würde ich ja bei Pioneer Square weitermachen. So. Das war natürlich nicht die absichtliche Stadt jetzt schon die nächste Stadt klein zu Hause zu machen. Sondern einfach jetzt schon erstmal Step by Step. Ich muss gucken, wo sind die Kameras? Da. So. Die nächste sind hier. Irgendwo da ums Eck. So. 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 Dann haben wir hier noch eine Böse steckte. Hier haben wir noch ein Dings auf jeden Fall. Oh geil. Dann haben wir schon fast das letzte Gebiet. schon die ersten Dings durch. Wo sind die? An der Brücke. An den Brücken-Dings. Also hinter uns. Hier sind ein Brückendreh-Ding. Die müsste dann eigentlich irgendwo hier unten stecken. Oder? Warte mal. Oder da. Ja, da oben ist er irgendwo. Ich sehe sie noch gerade nicht. Warte mal, die muss dann theoretisch ... 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 aber hier irgendwo stecken. Die ist glaube ich nicht ganz allein hinter der Brücke, die außen dran. Da ist das Feuer. Die Drohne nehme ich mal mit. Ah, das ist schon viel besser. Moment, wo könnte die jetzt sein? Die müsste also irgendwo da sein. Ich vermute, dass sie unter der Brücke hängt. Oh, die Dillusion der Brücke, hein? Okay. So, warte mal, wo hängt die neben der Brücke? Ja, die hängt genau unter der Brücke, ne? Da hängt sie. Super, dann haben wir die Kamera auch down. Wunderbar. Oh, äh. Aufstehen, Kollege. Ich weiß nicht, was du hier machst. Ja, weißt du mal. So, dann machen wir beide mit dem Spray. Würde ich mal spontaneous sagen. Spontan. Spontan, spontan, spontan. Irgendwo. Hier ist es. Irgendwie auf eine Katze, auf jeden Fall. Oh, wie ist die Katze? Hm. Super. So, dann haben wir als nächstes noch den Geheimagenten und diese Mission. Ja, hier unten ist auch noch eine Mission. Hört mir gerade auf. So, dann machen wir erst mal den Geheimagenten. Der Typ mit der blauen Jacke an der Wand. Da ist der. Habt sich. Das ist doch gut so. So, Piney Square ist der nächste erledigt. Der Agent. Dann haben wir hier noch ein Spray. Wobei hier noch eine Drohne rumhängt. Irgendwo hier zumindest. Oben auf dem Ding drauf oder was? Ja. Klar. 46% nur noch. Also wir können wahrscheinlich sogar schon in der nächsten Folge wieder angreifen. So. So. Ähm. Ja. Dann fehlt es nur noch ein Gebiet. Liebe Leute. So. Ähm. Dahinten ist ein Drogendeal. Das gehört aber nicht zum. Dings dazu. Äh. Dazu gehört allerdings. Diese. Der Teil da. Weil da gehört auf jeden Fall. Äh. Ja. Ich will in der nächsten. Sorry. Ach komm. Wir machen Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Info bis Second Son. Und dann machen wir Feierabend hier dann mit dem Viertel. Dann holen wir uns Piney Square. Ja. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Gebiet. Bis dahin. Und tschüss.